Ja Leute, ihr seid ja live dabei, wie ihr auf sie uns gehen bleibt. Habe ich schon öfter gehabt, nicht an meiner Kiste, aber in der Spielung, kommt immer wieder mal vor, wahrscheinlich die Prozente sehr gut verteilt zu sein, das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ich jetzt die Kiste wieder fast leeren muss, jetzt schauen wir mal. So ein Spiel laufen, Re-Game, was es da gibt. Das ist schon sportlich Leute, sehr sportlich. Das hat irgendein Spiel auch schon erlebt, jedes gezahlt, jedes gewollt. Das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel. Oh ne hau Pause, jo Leute bis gleich Ja ihr Freunde Goldstar die dritte mit sieben Goldspielen gehts mal weiter. Gucken wir mal ob ich nochmal die 150 pack, aber wie gesagt gerade im Moment bisschen blöd. Das ist Verdrückfestival hier, aber ist vom Glück egal. Ich meine einmal. Durch die Kamera. Durch die Kamera gedrückt euch. Einfach schön ne. Einfach schön. So fleißig gebucht hatte. Jetzt schauen wir mal. So kenne ich ihn. Sauber Alter. Mega Goldstar Video. Wenn ich noch nicht so viel zahlen würde. Bei mir ist das ja anders Leute wie in der Spilo. Ich muss ja hier dann mit dem Geld ständig rum tun, weil ich keine Dispenser habe. Nur Akzeptoren und dann mit dem Kleingeld immer in den Röhren. Das ist alles immer ein bisschen schlecht, aber egal. Wir haben rein. Egal. Wir haben rein. Wir haben und jetzt einfach schön. Das war einbuch, ich sch runt das Haus. Ich habe ihn gelesen, dass ich nicht mehr groß bin. Noch mal 150 drauf und weiter geht's. Jetzt habe ich leider langsam keinen Bock mehr, weil, wie gesagt, jetzt geht hier dieses Scheiße los. Jetzt einmal noch kommen. Alles gut. Wieder durch die Kamera, nicht auf die Automaten schauen. Schade. Jo, das war's für heute. Lasst mal ein Abo da und ein Like, wenn euch mein Kanal gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt erst mal hier Geldmanagement machen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.